hallo und herzlich willkommen zu einer neuen review episode hier bei uns bei den planet film beim planeten der filmgeeks und der joe ist dabei und wir sind heute zu zweit für eine review und die andere review machte joe alleine weil ich diese woche nicht so viele filme geguckt habe weil ich naja manchmal halt manchmal halt auch noch andere dinge zu tun habe als nur filme zu gucken verrückt total verrückt ja wir reden über hollywood was eigentlich kein film ist sondern eine serie von daher bin ich sowieso oft hast du schon ganz schön viel geguckt genau genau also es war eh schon es war so wie wenn ich drei filme geguckt hätte vom zeitlichen aufwand her hollywood ist eine mini serie die jetzt frisch auf netflix rausgekommen ist von lass mich gerade mal gucken ian brennan und ryan murphy die namen sagen mir nichts aber du kannst mir vielleicht was zu denen sagen und mitspielen tun david corinth sweat darren chris laura harrier joe mantello dylan mcdermott jake picking jeremy poe pollenthaler samara weaving jim parsons patty patty lupoon das sind jetzt alle die in allen episoden vorkommen aber dann gibt es noch viele viele andere die mitspielen und es geht um eine fiktionalisierte version des hollywoods der späten 40er frühen 50er späten 40er und gleich mal vorweg es ist viel geschichtlicher revisionismus dabei was vielen leuten sauer aufgestoßen ist weil sie dachten jo ich habe es hier mit einer mit einer serie zu tun die sich mit dem tatsächlichen hollywood dieser zeit beschäftigt aber es ist ein hollywood in dem dinge passieren die eher in die heutige welt passen würden in bezug auf progression in bezug auf repräsentation in filmen für menschen anderer hautfarbe als weiß und männlich männlich ist keine hautfarbe das wird übrigens der titel meiner autobiografie habe ich gerade beschlossen männlich ist keine haut okay und und ja also es ist es ist ein ein progressiv motiviertes kleines think piece was wäre wenn natürlich politisch motiviert aber die politik die wir gut finden von daher finden wir es glaube ich ganz gut ja genau aber du kannst du kannst du kannst du wie fandest du denn die die mini reihe die kleine serie die serie ist irgendwo zwischen mini serie und serie es ist schon so eigentlich schon eine serie aber gleichzeitig auch kurz ja es läuft so glaube ich offiziell unter mini serie aber ja mit sieben episoden schon schon nicht so klein aber ja vielleicht noch kurz du hast ja gesagt ich kann dir bestimmt was zu den leuten hinter der serie sagen ich kann dir was zu ryan murphy sagen weil der ja bis bis vor kurzem oder bis 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 er umgezogen ist immer bei bei fox einen deal hatte da sehr bekannt ist als showrunner für american horror story und ja einiges mehr also sau bekannter fernsehtyp halt und dann das hat vor einiger zeit dann schlagzeilen gemacht als er ich glaube im september letzten jahres einen 300 millionen dollar netflix deal unterschrieben hat okay und das ist jetzt so das erste große projekt was unter diesem deal entstanden ist ein paar dokus sind da schon her unter anderem zwei dokus die wir vielleicht noch irgendwann reviewen die so einen lgbt anklang haben weil er das ist so ein thema das ihn halt beschäftigt ja das ist ja auch in dieser serie durchaus viel vorhanden und ja also ich finde es gut dass du gleich angesprochen hast dass es so ein revisionist history apart hat weil das ist tatsächlich was das hätte ich ganz gerne vorher gewusst weil ich bin in diese serie rein und habe halt ich wusste ich habe nur gesehen hey da kommt eine serie die heißt hollywood und so 40er jahre hollywood und ich bin eh schon ja stehe ich halt drauf mag ich finde ich geil schaue ich mir mal an und ich glaube hätte ich vorher gewusst dass das eine eine what if geschichte ist die so ein bisschen tarantino esk dann fast schon mit der echten geschichte umgeht so nach dem motto ich mache mir die geschichte so wie ich sie gerne hätte ja allein glorious bastards wäre ich glaube ich schneller in die serie reingekommen weil so finde ich brauche die serie ein bisserl um um loszulegen und dann als ich mich dann so nach episode 3 oder so so langsam realisiert als ich dann langsam realisiert hatte dahin gehen wir das ist worum es geht das sind die charaktere und da da laufen wir darauf zu dann habe ich mir dann fand ich die serie tatsächlich sehr gut sie ist sehr idealistisch in ihrem umgang also ich glaube es ist kein spoiler zu sagen also diese revisionist history part ist halt einfach es gibt einen moment in dieser serie wo eine frau durch einen zufall als als studio chefin eingesetzt wird und wir verfolgen halt also sie ist eine unserer hauptcharaktere und dann haben wir halt einen regisseur und ein paar schauspieler schauspieler mehrere und einen schwarzen homosexuellen drehbuchautor und wir verfolgen halt so wie die am anfang versuchen also das ist dachte ich worum es in der serie geht wir verfolgen die wie die versuchen groß rauszukommen im filmbusiness ihren weg zu finden und dann lernt man so ab der ja ab episode 3 halt irgendwann oh eigentlich ist es eine ist stellt halt dieser film die frage was wäre wenn durch zufall eine frau ein studio plötzlich geleitet hätte in der zeit und wäre da dich dann vielleicht einiges besser gelaufen und das hat mir gefallen also ich mochte ich konnte mich total darauf einlassen auf diesen alternativen geschichts ansatz und ich fand das auch die serie damit wenn auch natürlich so ein bisschen manchmal naiv idealistisch damit umgegangen ist aber schon auch auf sehr viel auf naja auf auf die probleme eingegangen ist die die das mit sich bringt und die damals noch viel extremer waren und gewer gewesen wären wäre das so geschehen als es heute ist aber heute immer noch finde ich immer noch aktuell sind leider und ich mochte die charaktere sehr sogar also ich mag die ganzen schauspieler dahinter es sind ja auch ein paar wie gesagt wie du schon gesagt hast namenhafte leute dabei samara weaving wusste ich nicht dass sie in der serie ist und war total so total positiv überrascht als sie plötzlich aufgetaucht ist jim parsons ist extrem gut darin widerliches monster zu spielen über einen großteil der serie was ich cool fand ja und auch 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 der rest erwähnt ja hier laura harry erkennt man aus den aus dem ersten marvel spider-man film also mcu spider-man film ja und so konnte ich mich dann sehr auf die serie anlassen und am ende ist es ein was für mich so eine eine wunderschöne what if fantasy die cheesy ist manchmal also kitschig naiv wie gesagt aber finde ich gut geschrieben sehr gut gespielt und einfach wunderschön inszeniert also das hollywood dieser zeit das los angeles dieser zeit wird einfach total lebbar gemacht und dann ist es wirklich so eine so eine wunderschöne traumwelt in die man sich für diese was fast sechs stunden mal verlieren kann und das war so wer war so mein großes und ganzes erlebnis damit wie ging es denn dir ich ich wusste vorher von der revisionist history wegen dank deiner review aber ich glaube ich hatte auch irgendwie irgendwie hatte ich es auch gegoogelt bevor ich es geguckt habe und dann stand da was von ja also ja ich wusste vorher auf jeden fall davon und konnte mich entsprechend darauf einstellen dass es nicht ich weiß nicht was es für mich verändert hat oder hätte also irgendwann ich habe so die ganze zeit gedacht nee warte mal rock hat's den namen kenne ich doch einer mei wong das ja ich glaube irgendwie da klingelt auch was übrigens bei deren namen habe ich die ganze zeit anime wong gehört und das hat mich mega abgelenkt und ich meine irgendwann kommt man natürlich an den punkt wo klar ist okay ab hier wird es nicht mehr teil der real passierten welt nicht mehr teil der geschichte aber ja also ich es ist wie du gesagt hast sehr idealisiert es ist so eine schon fast zuckerwattige version der realität obwohl natürlich schwere struggles von marginalisierten gruppen angesprochen werden und auch behandelt werden aber auf der anderen seite sind die auch ganz schnell wieder abgehandelt ist so ja der struggle ist da ja hier kommt irgendwie keine ahnung kommt eine hate group und bedroht die leute aber ja dann irgendwie können sie dann trotzdem auf einer großen gala stehen öffentlich ohne dass ihnen jemand irgendwie eine kugel in den kopf jagt sorry es gibt keinen 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 mord so wie kann ich schon was spoilern also nee also es ist so man würde denken dass in dieser zeit die reaktionen auf eine solches krasses ereignis andere wären und hier wird es halt so ein bisschen schön geredet so mit von wegen ja ja und hier ändert sich ja gerade alles und es gibt ja es wird jetzt das angekündigt die leute gehen offen durch die straßen mitten hier und ja es ist halt so eine so eine richtig zuckerwattige version von der realität und ich habe mir mehrfach gewünscht dass es so ein bisschen das sind die konsequenzen also keine ahnung ich habe es den charakteren allen gegönnt dass das dass sie tatsächlich irgendwie vorankommen mit ihren mit ihren vorstellungen und wünschen und träumen und es war es war sehr sehr liebes film drama mit happy end also es war ein typisches hollywood happy end was logisch ich meine so heißt die serie wie soll das anders ja und ich meine die letzte episode heißt auch hollywood ending ja stimmt genau ja also ja schon aber es gibt halt schon so ein paar momente wo es halt schon sehr so und jetzt bist du in der ersten reihe gesessen und damals haben sie mich überhaupt nicht in den saal reingelassen und es ist so ja ich verstehe total was ihr sagen wollt und ich unterstütze die botschaften ich finde es wirklich wichtig dass das angesprochen wird aber ihr tragt mir gerade ein bisschen arktik auf manchmal ja ja also subtil ist die serie nicht ja und also das ist das kritik auf auf hohem niveau ne aber what about trans people ne also ich meine es irgendwann irgendwann ging es so ging es so hart einfach über über so okay also ich will das nicht als kritik formulieren ich will damit niemand in die hände spielen von wegen so ah ja okay es gibt so eine checklist bei der alles abgehakt wird okay wen haben wir jetzt alles repräsentiert aber aber es so manchmal hat sich fast ein bisschen checklist die angefühlt für mich ging das also sowas so okay jetzt haben wir haben wir die marginalisierte gruppe okay haben wir noch die hier okay 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 und es war so ein bisschen rundum schlag dass ich manchmal so ein bisschen den fokus verloren habe so okay also mit wem soll ich mich also sind alle okay und und ja also ich verliere mich gerade ein bisschen den gedanken die mir jetzt gerade das erste mal drüber mache aber aber ich habe manchmal hatte ich schon so den eindruck keine ahnung vielleicht liegt es auch an sehgewohnheiten dass ich automatisch denke okay ein film der sich mit mit marginalisierten gruppen auseinandersetzt der muss sich eine raussuchen und nur die behandeln aber natürlich gibt es so viele und und die serie macht hier halten und umschlag und und will halt irgendwie viele behandeln das das hat mir manchmal so manchmal dachte ich so ja okay jetzt jetzt haben wir jetzt haben wir alle abgehakt schön cool ja was ich interessant fand war halt dass es ich fand fast nicht dass es so ein rundum schlag war sondern sich also ich meine ein großer teil ist ja die also ein großer teil vor allem am anfang der serie sind ja lauter so me too es aspekte aber in dem fall eben nicht aus der sicht von frauen sondern von homosexuellen schauspielern die also in dem fall von agenten missbraucht werden und so zum beispiel was ich interessant fand weil es war interessant so die also ryan murphy selber ist schwul und das war ich hatte so das gefühl das ist so interessant seine sicht auf das hollywood der damaligen zeit zu sehen und er hat sich da jetzt halt eine vor allem halt homosexuelle und und schwarze menschen rausgesucht als marginalisierte gruppe die es schaffen hollywood zu übernehmen und halt eine frau als studioboss in dem sinn aber es war mal so ein bisschen ein anderen ein anderer blick drauf hatte ich das gefühl es war glaube ich auch keine valide kritik es war irgendwie nur einmal habe ich mir gedacht okay kommt ist die ne also ich glaube in der ersten folge habe ich mir gedacht okay ja 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 so krass man hollywood der 40er heftig und und dann habe ich so ein bisschen geguckt weil rock hudson kommt ja auch schon in der ersten folge vor und irgendwann droppt sein name und dann habe ich gedacht also rock hudson den namen kenne ich ja ich weiß aber nicht viel über den typen und dann habe ich den gegoogelt und da habe ich henry wilson gegoogelt und dann okay es gab einfach schon relativ große menge an jungen homosexuellen männern im hollywood der 40er jahre die halt alle nicht out waren und alle halt irgendwie frauen hatten und diese öffentliche lüge gelebt haben wie man es hat so genau so die öffentliche lüge aber da die die schwulen szene im hollywood der damaligen zeit war halt wohl sehr groß ja wobei also ich muss sagen also natürlich die versionen von diesen männern sind hier auch fiktionalisiert henry wilson ist stark fiktionalisiert also er hatte wohl schon diese angewohnheit junge homosexuelle männer so zu sammeln und um sich zu scharen aber ich glaube er hatte nie so richtig den 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 moment der der reue und er wurde ja ich wurde halt irgendwann geoutet und ist dann arm wie eine kirchenmaus irgendwo an leberzirrhose gestorben ja ich bin mir auch nicht sicher was ich von seinem ich glaube nicht mal dass es als redemption art gedacht ist aber es kommt kann manchmal ein bisschen so rüberkommen ja die serie gibt es ja sehr viel mühe dass die gerade das so ein bisschen zu zu verneinen dass es eine redemption gibt also relativ offensiv zu sagen so nee dir wird nicht verziehen ja egal was du tust von daher er ist es halt schon immer mal immer noch so comic relief dann ab einem bestimmten punkt ja aber ich habe auch das kann auch daran liegen dass ich entourage halt einige staffeln gesehen habe und er dann schon so ein bisschen der airy gold verschnitt ist habe ich habe ich nicht gesehen also in entourage gibt zeit diesen arschloch agenten der halt so ja die haben gewisse ähnlichkeiten und das ist auch so ein bisschen so ein archetyp von der arschige hollywood agent das keine ahnung ist irgendwie ein bild das man im kopf hat und ja das bedient er hier natürlich schon auch ich weiß nicht er hatte schon tonproblem der charakter es stimmt schon also vor allem in den letzten zwei episoden habe ich mir dann gedacht davor fand ich ihn also fand ich vor allem extrem spannend jim parsons in so einer monster rolle zu sehen halt einfach ja tatsächlich die er übrigens auch sehr gut gespielt hat fand ich tatsächlich hat er schon mit joe mantello davor zusammengearbeitet sehe ich gerade in the normal heart hbo produktion über einen schwulen mann ja ich war ich war ich war auch kurz geschockt dass ich ihn gesehen habe und dachte mir weil ich habe natürlich entsprechende antipathien gegen big bang theory und sobald ich jemanden sehe der in big bang theory involviert war kann ich nicht anders als kurz einen kleinen shower über den rücken zu bekommen aber er hat sich für mich in dieser rolle redeemed er hat es sehr sehr gut gemacht und hat mich überzeugt fand ich echt cool also cool gespielt die rolle an sich ist nicht cool ganz im gegenteil aber aber ja genau das ist halt das das spannende daran finde ich das ist halt jemand der der schnell sehr schnell typecast wäre dass er es als einer der wenigen aus big bang theory schafft da wirklich nach der serie noch was zu machen also ich habe ihn ja auch schon in hier in extremely wicked shockingly evil and vile war er ja auch schon mal also er ist schon immer mal so außerhalb von big bang theory in so hollen aufgetaucht wo ich mir gedacht cool du machst du zeigst dass du mehr drauf hast finde ich gut ich ja wen fand ich noch hier ja samara weaving haben schon angesprochen holland taylor fand ich echt cool ja und ging auch weit wo ich wo ich dachte so jo okay cool das das nee warte mal ich es war schon sie die 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 jack castello am anfang mitnimmt oder das war ihr charakter ja ja die halt die so naja nicht der casting beauftragte studios ist aber halt wenn ja ich weiß nicht genau was die job ist aber die ihm halt hilft dass er dann gecastet wird oder dass es einen vertrag da war es patty lupone die die elvis emberg spielt die die frau es war doch es war doch also die studio bossin ist elvis emberg das ist patty lupone die die das erste also die die längere szene wo er quasi das erste mal sich prostituiert das ist doch sie das ist doch die studie die frau des studiobosses ja das kann gut sein ja genau 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 ja es ist die frau des studiobosses genau und die 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 szene fand ich generell da hat es mit da hat mich die serie überzeugt tatsächlich und dann ging die folge ja noch weiter und dann haben wir irgendwie rock hatzen verfolgt wir in dieses kino da geht und dann dann war klar okay die serie bin sich jetzt ich will diesen charakteren passiert ja war echt cool wegen kann ich noch hervorheben ich fand alle wirklich du hast vorher gesagt alle die involviert waren 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 echt gut an schauspielern und rundum so absolut richtig es ist halt auch so so dann in so in so kleinen sachen wie hier zum beispiel das ist mir gar nicht klar gewesen aber rob reiner war ace emberg der studioboss der dann naja verhindert ist so dass seine frau übernehmen kann ich so viel spoiler ich meine ja das hat einfach rob reiner ist mir nicht aufgefallen für alle die es nicht wissen rob reiner war er ist der regisseur von this is final tab zum beispiel okay oder was hat er sonst noch gemacht when harry met sally a few good men misery the american president oh er war ein wolf of wall street ja also also großartiger cast sehr sehr spannende serie also wirklich gut und ich also ich finde es total ich habe ein bisschen gebraucht um da reinzukommen aber ich ich je mehr ich darüber nachdenke desto mehr bock habe ich auch die serie noch mal anzuschauen weil ich es liebe dass das da auf der einen seite und das spiegelt sich total finde ich in den opening in dieser opening credit sequenz mit er wieder die übrigens also saugeil gemacht ist a weil es weil die die opening credit sequenz ist einfach diese du hast diese ganzen hauptcharaktere wie sie dieses hollywood zeichen hochklettern um dann oben auf die auf die lichter auf das glänzen der hollywood und los angeles runter zu schauen und träumerisch quasi also es hat diese diese verklärte verträumtheit einerseits und dann ist da mit so viel liebe in dieser opening credit sequenz auch der look der filme der damaligen zeit also die art und weise wie die schauspieler sich geben wie der verträumt auf dem hollywood sein oben ankommen und die beleuchtung und so ist wie die filme wie sie wie damals in diesen filmen licht gesetzt wurde ne so ein bisschen so über stilisiertes licht über weiches licht und dann hat es ja noch einen story grund warum dieses hollywood sein hochklettern was ich mir dann später gedacht habe oh mein gott das macht alles sinn und sich gegenseitig hochhelfen vor allem genau gegenseitig hochhelfen also charaktere die sich erst nicht hochhelfen und dann doch hochhelfen also spiegel dann den arc der charaktere in der gesamten serie wieder das ist schon cool gemacht je mehr ich darüber nachdenke desto besser finde ich das noch und habe eigentlich box noch mal zu schauen nur wegen den opening credits ja ja weil das das allein finde ich ist schon so aussagekräftig darüber wie viel detailverliebtheit da drin steckt und das ging mir halt über die ganze serie so also das so viel mit so viel liebe zum detail und liebe zum hollywood der damaligen zeit umgegangen worden aber gleichzeitig halt auch gesagt ja was war halt auch eigentlich ziemlich viel sehr scheiße und jetzt wir drehen es jetzt einfach mal so um so dass wir das holly also es hat sich so angefühlt wie ryan murphy der jetzt da wir drehen jetzt das hollywood der damaligen zeit das wir irgendwie lieben von der ästhetik her und und was ist irgendwie repräsentiert so die traumfabrik so das und jetzt drehen was noch so weit dass es auch noch unseren politischen vorstellungen und wunschvorstellungen entspricht und machen unsere eigene unser eigenes traum hollywood daraus sozusagen ne und das finde ich schön das ist das ist echt das ist ein bisschen ergreifend finde ich schön schöne schöne sache und halt auch geil dass halt einfach netflix ihm da das ermöglicht hat also das habe ich das gefühl das kannst du hätte auch nirgendwo anders so unterbringen können weil es ja fühlt sich total persönlich an also wie so ein persönlicher brief an an hollywood ans heutige und ans damalige hier ist es einerseits ein liebesbrief aber gleichzeitig auch so ein so ein so ein ja hier hollywood der heutigen zeit das könntet ihr sein wenn ihr nur wollen würdet wenn du dann in 15 jahren in die academy aufgenommen werden könntest dann übersetzt doch einfach die rede von grad ins englische und wiederhol die und dann nehmen sie die auf schön das ist dann mein aufnahmeantrag aber klar ich meine über set und die cinematografie kann man noch sprechen was ja schon fast oscar baity manchmal sich anfühlt total so gut ja es ist echt es ist eine schöne serie ich kann ich kann ihr wirklich sehr empfehlen aber gerade natürlich wenn man sich für filmgeschichte und sowas interessiert aber ich glaube es funktioniert auch wenn man das nicht mag aber dann halt man muss halt wissen dass es so ein bisschen eine wunschvorstellung also eine geschichtliche ein geschichtlicher rewrite ist auf dem man sich einlassen muss und dann kann man glaube ich damit spaß haben dann wird es halt manchmal träumerisch kitschig und und so ein bisschen messy sein aber alles in allem finde ich eine sehr sehr schöne geschichte bin froh dass gesehen habe ich auch und ich bin froh dass du es mir empfohlen hast dass ich es dadurch angeguckt habe weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht angeguckt also ich kann es rundum empfehlen es ist ein bisschen kitsch es ist ein bisschen wie heißt es zuckerwatte mein gott warum habe ich heute so hart wortfindungsprobleme haarfindungsprobleme mein ging meine güte irgendwas ist in meinem hirn kaputt gegangen in den letzten tagen ich fand die serie cool und ich habe sie genossen und fand sie manchmal kitschig aber das konnte ich aushalten und dann wurde sie wieder ernest und ich kann sie nur empfehlen wunderbar dann würde ich mal sagen so viel zur serie hollywood was ich ein bisschen und unglücklich gewählten titel finde weil er so generisch klingt erst mal lasst uns wissen falls ihr die serie gesehen habt wie ihr sie fandet und dann spielen wir jetzt einen trenner und dann quatsch ich noch allein sorry würdest du dich über eine season zwei freuen ist noch eine wichtige frage die ich vergessen habe zu stellen natürlich ich würde mich sehr darüber freuen sogar ich aber andererseits es endet natürlich ich finde ich finde wir sind an einem punkt da kann man eigentlich also ich fände season zwei irgendwie komisch ja ja weil weil dann dann wir erreichen ja irgendwie dieses es wird sich anfühlen wie jurassic park 2 so eigentlich war die geschichte schon zu ende was ja ich glaube auch nicht dass dann ist season zwei gedacht ist ehrlich gesagt glaube das ist schon absichtlich so dass eine abgeschlossene geschichte ein 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 auslug in in idealisiertes hollywood der damaligen zeit und jetzt ist auch gut ja genau so dann dann leiten wir jetzt über sorry so und jetzt bin ich noch mal alleine hier der johannes mit einem kleinen review zu the half of it oder wie er auf deutsch heißt nur die halbe geschichte ein kleiner teeny rom com film unter der regie von alice wu interessanterweise ist es erst ihr zweiter film und ihr erster film kam 2004 raus also es ist knapp 16 jahre eben zwischen diesen zwei filmen von ihr ich frage mich was in der zwischenzeit gemacht hat das ist ja interessant sie hat auch nicht irgendwie fernsehen serien oder irgendwas dazwischen gemacht fragt mich welche geschichte dahinter steckt vielleicht werden wir es nie erfahren keine ahnung jedenfalls ist es eine antini romcom film und mit leah lewis alexis lamir und daniel diemer in den haupt rollen und es handelt von ellie chu der tochter chinesischer einwanderer in die usa ihre mutter ist verstorben und sie lebt mit ihrem vater in einer kleinen amerikanischen stadt und ist so ein bisschen der außenseiter in der in der schule sie ist im letzten jahr alle bereiten sich auf college vor und ja sie ist halt so ein bisschen das scheue mädel aber halt hochintelligent sie schreibt immer die aufsätze für alle und verdient sich so geld und insgeheim ist sie verliebt in eine mitschülerin die ja aber nichts wirklich von ihrer existenz weiß und eines tages wird sie dann von einem anderen klassenkameraden angehalten auf dem heimweg einem einem footballspieler einem ihr ja ich sag mal jetzt schulische intelligenz ist es nicht so sein sein hauptmerkmal aber es hat ein doch netter liebenswerter typ und der verrät ihr dass er auf die auf die gleiche mitschülerin steht und möchte sie beauftragen dass er ihr einen einen liebesbrief verfasst den er dann dieser mitschülerin zu kommen lassen will weil er selber halt mit mit worten nicht so gut ist und einen furchtbaren ersten brief geschrieben hat den er ja aber nicht geschickt hat und jetzt will er halt ellie beauftragen ihm da zu helfen und sie hat natürlich niemandem jemals gesagt dass sie lesbisch ist und dass sie auf diese mitschülerin steht und nimmt dieses nimmt es an einfach weil das ihr natürlich eine option gibt dieser mitschülerin mit dieser mitschülerin in kontakt zu treten halt unter einem fake namen und als jemand anders aber ja es ist zumindest ein weg der näher zu kommen man hat diese geschichte natürlich glaube ich schon einige male gesehen also ich habe sie schon ein paar mal gesehen so dieses jemand hilft jemand anderes den oder die angebetete zu umwerben sozusagen weil derjenige keine ahnung hat was er tut und das ist auch hier jetzt ich sag mal in was diesen aspekt angeht nicht viel anders also es hat so ziemlich jede szene die man aus dieser art von geschichte kennt was diesen film aber tatsächlich finde ich ganz gut und interessant macht und anschauenswert macht ist dass es so ein bisschen auf den kopf gestellt ist dadurch dass es halt diese lesbische beziehung in oder diese fantasierte lesbische beziehung in der mitte gibt und es halt man weiß nicht auf wen die mitschülerin steht die beide anhimmeln und beide wissen ja voneinander nicht dass also ich meine zumindest hier paul manski der footballspieler weiß nicht dass ellie die ihm ja die briefe schreiben hilft und dann auch letztendlich sms schreiben hilft und so weiter also die übernimmt im prinzip die ganze kommunikation von ihm auch auf die mitschülerin steht und ja gleichzeitig fängt diese mitschülerin dann eine versuchte freundschaft mit ellie an und ich glaube man kann es erahnen es spinnt sich es gibt irrungen und wirrungen und verzwickungen und am ende kulminiert alles in einem in einer großen szene wo alle unterschiedlichen storylines zusammenlaufen und die kunst die dieser film tatsächlich beherrscht ist dass es bis zu diesem moment wo alles zusammenläuft in einem großen typischen romcom in einer großen typischen romcom szene bis zu diesem moment ist er nicht kitschig und das fand ich gut da bis zu diesem moment fühlt er sich sehr down to earth an sehr real sehr nachvollziehbar schmerzhaft nachvollziehbar teilweise und man weiß irgendwie die ganze zeit dass es natürlich nur also schief gehen kann und dieser film ich sage nicht auf was das rausläuft natürlich aber es erfindet eine andere route als viele filme seiner art er findet einen anderen weg raus ein anderes ende und das fand ich schön ich fand ich ich mochte das ende außer diesen also es gab gibt diese große eher kitschige szene und meide hätte ich vielleicht nicht so kitschig gebraucht aber sie ist im vergleich zu vielen anderen filmen dieser art die ich gesehen habe selbst die ist noch ein bisschen downplayed und hat auf jeden fall viele mord drin was mir wieder gefallen hat interessant ist dann an dem film noch dass es halt so immer noch diese immigranten perspektive in den usa gibt also ihr vater ist und das wird halt immer nur so angerissen das ist nicht wirklich teil des films es ist so ein bisschen reingesprengelt und ich habe das gefühl da ist alles wo mit einer persönlichen geschichte noch mit drin also ihr vater ist eigentlich ingenieur aber arbeitet jetzt halt hier beim für ein zugunternehmen als bahnhofswärter weil er aufgrund seiner sprit der sprachbarriere weil er halt es nicht schafft englisch so richtig zu beherrschen also er kann sich verständigen aber hat einen starken akzent und das verbaut ihm quasi chancen weiterzukommen und deswegen hockt er jetzt auf diesem einsamen bahnhof mit seiner tochter rum und die will eigentlich nichts mehr als weg davon da und kümmert sich aber gleichzeitig noch so ein bisschen um ihn und die beziehung zwischen den beiden ist ein bisschen unausgereift würde ich sagen beziehungsweise da ist viel glaube ich drin aber viel was halt nur angerissen wird und es ist halt ein weiterer aspekt in einem film der sehr sehr viele kleine story beats hat und kleine nebengeschichten und die teilweise aufgelöst werden und zu irgendwas führen und teilweise eben nicht also diese migranten geschichte wird halt angerissen führt jetzt nicht unbedingt irgendwo hin ist ein interessanter aspekt weil ich das gefühl habe da das ist von jemand geschrieben und inszeniert der die auch weiß wovon sie redet aber ja es ist halt immer so eine schwierige frage dann wenn es halt dann so ein unausgereifter story strang ist der so ein bisschen nirgendwo verläuft bringt man es dann überhaupt rein oder gibt man dem mehr raum und nimmt dafür irgendwas anderes raus ist natürlich eine schwere frage zu beantworten so ist es halt ein bisschen unzufriedenstellender aspekt des films aber alles in allem finde ich es ist eine nette süße kleine teeny romcom die ich guten gewissens empfehlen kann auf netflix ist es zu sehen es netflix netflix eigenproduktion ein netter kleiner film nicht mehr und nicht weniger viel gerade wenn man vielleicht viele romcoms dieser art gesehen hat werden einem ich sag mal 80 prozent dieses films sehr bekannt vorkommen dann muss man selber entscheiden ob man ob man das mag und für jemanden wie mich der jetzt nicht unbedingt die zielgruppe dieses films ist und nicht unbedingt filmen dieser art so viel oft abgewinnen kann was mir hier gefallen hat ist dass es eben nicht die super über amerikanisierte kitsch nummer ist sondern bis auf gewisse elemente sehr down to earth ist und sehr nachvollziehbar und real wirkt und das mochte ich sehr und deswegen kann ich nur die halbe geschichte oder the half of it was so ein bisschen so ein nichtssagender titel ist leider guten gewissens empfehlen schaut ihn euch an und lasst uns wissen falls ihr den oder die serie hollywood gesehen habt wie ihr das jeweils fandet auf facebook twitter instagram könnt ihr uns finden unter planet film geek oder planet film geek at gmail.com das ist unsere e mail adresse auf der uns schreiben könnt da könnt ihr uns auch zum beispiel challenges schicken als filme auftragen die wir anschauen sollen und lasst uns da wo ihr uns hört eine bewertung und ein review da das hilft uns weiter das wäre auch fantastisch und dann hören wir uns wieder am donnerstag in was auch immer da rauskommt bis dann